Jonas Hector ist neuer Mannschaftskapitän des 1. FC Köln. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, traf der Mannschaftsrat diese Entscheidung Der Weltmeister von 2014 tritt damit die Nachfolge von Matthias Lehmann an. Hectors Stellvertreter wird Marco Hüge Der 28 Jahre alte Hector hatte seinen Vertrag vor wenigen Monaten in Köln trotz des Bundesliga-Abstieges um zwei Jahre verlängert Deutsche Presseagentur Untertitelung des ZDF für funk, 2017